ja wir haben es geschafft ich dachte schon wir würden es ordentlich versauen so wir nehmen natürlich hier ordentlich das wir brauchen futter in unserer kolonie super gelaufen is it feeding time already yes our queen is insatiable natürlich guckt euch den tross an der hier durchläuft die grüne horde rennt ihr sollt hier nach oben kommen angriff das war schon ok sie ist platt dann rückt euch mal das futter hier genau rückt euch mal das futter sehr schön da können wir doch gleich mal gucken aufgewertet aufgewertet ok also wie viel ist 80 wo wir haben 79 ok ich habe gedacht das geht damit naja was soll es wohl doch nicht so ja dann haben wir jetzt alle vier gemacht die challenge haben wir hinter uns die haben wir noch vor uns aber erst mal das futter rein holen das ist ja klar und abgewertet sehr schön alles auf stufe drei hier das futter geht ja mal fix weg darüber 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 und und da haben ok platz kann ich noch mal machen naja unser futter bischen begrenzt ist und ich gucken will ob ich das im krieger tue natürlich hier erst mal das ganze entfernen ja das müsste dreimal entfernen meine freunde ja entfernt weiter ich reiße immer wieder ab genau weiter weiter weil so kriegen wir doch wieder bisschen nahrung rein und zwar nicht sehr viel aber naja etwas so okay mache ich gleich genauso So. Während die sich sammeln, sagen wir einfach mal Challenge starten. Das sind... Oh, da hängt einer fest. Okay. Da wir ja wissen, dass der Typ ja, der verrückte Professor, ein wenig übertreibt gerne. Okay. Müssen wir am Ende aufpassen, wie stark das nachher wird. I see they haven't lost their potency. Now let's try the Formica Rufa Ants. The Rufa will be more aggressive. Our Ereptors will need to put up a strong defense. Adding 20 Rufa Ants. Rufa Ants. Ach, die Fernkämpfer kommen jetzt. Okay, mal gucken, was für Fernkämpfer wir im Gegend bekommen. Oh, Mörserbeschuss. Mörserbeschuss. Er soll uns nicht zu hart pushen. Was er natürlich macht. Introducing 40 Rufa Ants. Ach, Mist. Ich hab die falschen geschickt. So rum muss das sein. Okay. Ich hab meine Fernkämpfer nach vorne gesteckt. Exzellente Offen. So, Samen haben wir aufgesammelt, ja. So, 621 haben wir noch. Increasing to 50 Rufa Ants. Ähm. Ne, das hebe ich mir auf, bevor ich das wegreiße, doch nochmal. Sicher, sicher. So, 50 von denen kommt jetzt. Okay. So, machen wir es so. Okay, das geht ja noch alles. Gott, Gott. So, war der jetzt Samen hingeworfen? Nein, los, Gott. So. Let's see how they handle the Rufa and the Fusca Invaders. We will start with 30 of each. So. Ah, ich hab schon wieder meine Fernkämpfer rausgeschickt. Oh mein Gott, was mach ich bloß? Ah, ich wollte die Naht. Ja, klar. Wir tauschen mal ganz kurz fix hier. Also, zwei nach vorne, die drei nach hinten. Jetzt tauschen wir mal nochmal richtig. So, damit auf jeden Fall die Nahtkern von vorne sind, ich auch in der zwei habe. Okay. Okay. Oh mein Gott. konnte ich nicht machen mal gucken wie es jetzt aussieht und sind schon alle drinnen marlis victory okay so ist die samen brauche ich jungs ich wundere, wie lange sie gegen ein gestaltes Fluch von all 3 Kolonien leben wir sehen jetzt kommt das permanente 3 Kolonien okay sind alle drinnen? alle diesmal drinnen, perfekt okay 855 haben wir an Knabbersachen es wird Zeit, dass unsere Kämpfer wieder kommen nach vorne du bist gut, meine intrepidigen Reptilien aber was ist das? eine große Tigerbeetle hat die Freie so ein Arsch, der Kerl jetzt hatten wir da schon wieder noch mehr und eine andere und eine andere und eine andere oh nein drei Tigerbeetle okay gut das haben wir auf jeden Fall geschafft aber das war noch nicht alles damit wird sich drum wir haut gleich noch mehr rein wir haut gleich noch mehr rein wir kriegen gleich 10 dieser Tigerbeetle in dieser ganz großen boah das wäre hart also man geht es ja hier läuft ohne Probleme, das ist sehr gut 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 die ganz großen Käfer liegen hier rum könnte ich gerne als Essen abknappern aber naja was soll's gut gut aber was ist das? 1 2 3 9 10 Wolfspider es scheint gar nicht fair kommt zurück ja klar was ist passiert? was ist mit der Königin passiert? die Änte fielen zu den Rufus Formikacidspray viel zu schnell wir sollten wieder beginnen mit einer gesundheitlichen Kolonien sehr gut purge das Formikarium scheiße das kennen wir noch bei so viel Spinnen ey der Typ dreht voll durch der Kerl ok reload das heißt ähm ich wechsle gleich nochmal richtig so ja und sage nochmal starter bitte das heißt wieder abbauen und tea trinken wir mit einer familie Entschuldigen 20 Formikafuska Ants die Fuska Colony ist und die Ants sind auf ihrem Weg mit einer und die ist und die hat die Jetzt versuchen wir die Formica rufa-Ants. Die rufa-Ants werden eher aggressiv. Die Ereptors werden stärker sein, um 20 rufa-Ants zu geben. Dann wollen wir ein bisschen runterbauen. Die Ereptors werden stärker sein. So. Ja. Introducing 40 rufa-Ants. Na los. Genau, jetzt musst du das S nur noch reintragen. Excellent defense! Increasing to 50 rufa-Ants. So. Alle wieder zurück? Warum die nicht durch das Loch reingehen? Mist. Jetzt verliere ich wieder drei, ey. Vier, fünf. Fünf verliere ich. Ja, bei den Kanonfeuer. Genau. Achso, ich hätte die auch mal wieder nach oben schicken sollen. Jetzt laufen sie erst. Okay. Gott, Gott. Ja. Na los. Na los. Wir brauchen das ganze Futter. Na los. Here. Now zur Verfügung. Jetzt fadas solvent Sie Uspa mit der Foske-Invaders. Wir beginnen mit 30 der Fahrr insurance. uns rein 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 so okay die nachkämpfer sind wieder vorne ich muss jetzt so wissen ob jetzt dann wieder Samen kommen eine wundervolle Krieg auf zwei Fronten vielleicht sollten wir diese Zeit drei Kolonien versuchen 30 von denen Rufa, Fusca und Eureptor-Ans ja, also man hört schon an der Stimme, dass er ein wenig durchgedreht ist, der Kerl ja ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee, bevor wir nach unten gucken guckt, bis dahin sind schon die ganzen Ameisen drinne und an der Front ausgeschaltet dank meiner Frontschweine okay oh ja, sehr gut, gleich hier vorne los, raus, raus, raus rück euch die Samen sehr gut, sehr gut, sehr gut ja hmmm, ich wundere, wie lange sie gegen ein gestaltes Fluch von allen drei Kolonien lass uns sehen ich wollte gerade sagen, würdest du etwa da draußen bleiben? du bist da alleine, Karl so, jetzt kommen erstmal alle drei Kolonien und dann die, die, die Tiger, äh, diese Tiger Beetles wenn die drei da waren, dann komm ja da kommst du schon die erste genau du bist gut, meine intrepidige Reptors aber was ist das? eine große Tiger Beetle hat die Freude so jetzt auch weg so, jetzt kommen ja gleich noch ein paar und eine und eine und eine oh nein drei Tiger Beetles ja gut läuft gut, läuft gut so so sobald die Spinnen auftauchen, befinde ich sie hier runter ich mach das jetzt schon mal mein Teil bleibt da oben stehen genau immer weiter runter kommen drunter Jungs die Könige muss gleich geschützt werden ziehen auch mal die Front ab oder ne die Front lasse ich hier ja haben wir schon mal ein paar hier auf jeden Fall stehen gute Arbeit, meine kleine Ängste aber was ist das? 1 2 3 äh 9 10 Wolf Spiders it hardly seems fair so ok ab ab nach oben mit der 3 wieder Panalkämpfer Fernkämpfer fallen jetzt auch wieder achso da haben wir ja noch ein bisschen Fleisch von den sieben an stimmt wir machen mal hier noch eins auf damit wir ins Futter reintragen können so nicht noch als unsere normalen Ängste haben wir es geschafft ok ok 3 8 es ist 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 5 So. Ja, somit haben wir leider, ähm, das jetzt geschafft, äh, so wie es aussieht. Komplett. Continue to watch over the former Karium. Additional Experimente will be on hold for the time being. I understand. No more tests. Keine Tests mehr. Ah ja. Ja, wir haben es sozusagen erstmal geschafft, soweit. Die ganzen Käfer liegen hier. Hier prägt schon das Essen ran. Wurscht mal meine Vorratskammer wieder aufruhen. So. So, wurscht mal auf. So, so. Und den da oben kann ich auch gleich nochmal machen. So, äh, ein Fußweg da hinsetzen. Und aufhärten, bitte. Perfekt. Hat er denn ein paar Samen wenigstens für uns raus? Geht doch. Geht doch. Wenigstens ein paar Samen. Für uns. Oh, wir können 150 jetzt machen. Aber, das war's dann. Wir haben dann keine, äh, keine, ähm, so. Oh. Keine mehr. Keine Challenge. Wir haben jetzt nur noch hier. Können jetzt sagen. Our colony does need to exercise. Lass uns mal ein paar Krabben jagen, so ungefähr. Bring die Futter? Wenn ja, das wär's doch was. Oh. Nö. Okay, kein Futter. Ja. Okay, gut. Während, ähm, meine Ameisen hier das Ganze holen, würde ich jetzt erstmal sagen, äh, ja, wir verabschieden uns erstmal hier dran. Ähm, wenn was Neues gibt's, melde ich mich dann wieder damit. Ähm, ansonsten macht Spaß. Ist cool. Gefällt mir mit so einer kleinen Ameisenkolonie. Vielleicht würde noch mehr kommen, dass wir immer diesen verrückten Professor auffressen dürfen. Wär geil. Dass wir irgendwann riesengroß werden oder keine Ahnung. Irgendwas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist schon nicht schlecht. Und, ähm, ja, bei Sagen wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und bis daheim. Ciao, ciao. Und jetzt gibt's dir totale Ausraster. Einen Moment. Erstmal abspeichern. Äh, safe. So, und jetzt der totale Ausraster. Unsere Kolonie does need to exercise. Der totale Raster. Alles, was nur geht. Keine Ahnung, was jetzt ankochen kommt. Okay, alles möglicher. So, mal gucken, wie lange die Königin noch überlebt. Gleich ist er tot. Was ist passiert? Was ist mit der Königin? Die Änte waren weich und verabschiedet. Wir sollten wieder mit einer gesundheitlichen Kolonie beginnen. Sehr gut. Wir werden mit einer gesundheitlichen Kolonie verabschiedet. Wir werden mit einer gesundheitlichen Kolonie verabschieden. Ja. aber wenn ich das machen wir machen jetzt feiern also